Missfortune ist die gut. Ich mag sie sehr gerne. So, Double Support, Alter. Mal schauen, ob... Nice. Double Support. Wir haben leider einen Gallium mit... Heal, ne? Aber wir haben nicht so viel Kill Pressure hier. Achso, ich will ja gar nicht helfen. Das ist ja... vorbei. Geht er weg. Normalerweise sollte ich nämlich relativ gut meine Stacks holen, ne? Waren das 30 Gold? Ne, waren es nicht, weil unser Supporter nicht da ist. Stimmt. Jungs, geht er weg. Da waren wir gerade die Gold. Aber... Na, die sollen wir ruhig ran pochenieren. Da habe ich die... Ich glaube, ich habe keine Handysflut, ne? Ne. Ich habe die Mana-Ding mit. Der Step, der hat nur ein Flash. Danach hat er nichts mehr. Meiner... Da sollten wir gehen, oder? Und ich würde gerne noch einmal gucken, da kommt die Riven. Na ja, einer geht auf die, andere geht auf den. Was tun wir jetzt? Einer geht da hoch, einer geht da runter. Ich konnte nur zu einer Seite. Ich glaube, ich habe mich für die Falsche entschieden. Das ist die Level 5, ne? Hm. Ja, die sind alle sehr, sehr low, muss ich sagen. So, dann gehen wir mal da rauf. Können wir nicht auf... Wartet mal. Wissen Sie, was wir jetzt machen. Wir kaufen jetzt Imperial Mandate. Okay. Das wird jetzt was ganz Interessantes hier ausmachen. Wir kaufen jetzt Imperial Mandate. Auf Miss Fortune. Weil das müsst ihr ja auf jedem E-Brocken, ne? Wegen dem Slow-Effekt. Ich glaube, das ist die Geheimtaktik. Ich glaube, das ist die absolute Geheimtaktik. Mein guter Kalio. Ich glaube nicht, dass wir die Feinden können. Ich habe Miss Items. Also, ich habe auch die Geheimtaktik. so nahmen den mann und dann bauen wir unser mandat fällig wo die rübe war wieder da wie klaus kann ich aber noch unterbrechen hier ja wir sind ja nicht richtig api also ich werde nur die mandate bauen und dann gehe ich voll adi habe gehen ein bisschen das geht so ein bisschen richtung support es nur dass wir im f sind was wahrscheinlich gar keinen sinn noch aber egal jetzt testen so 1500 gold sehr gut mehr fahrt oder geht wieder auf seinen morelos first item will meine sicher sollte auch bald geupgradet sein dann auch 400 gold dann passt das hier auch wieder da ist noch mal ein kleiner gold stack der wort war natürlich ja zucker wo entgang mit mehreren personen ich fühle mich auf die bot lane ich fühle mich auf die helft von geht bei der wäge gegen bei der wäge in die oder hier die hälfte davon gingen die sind wohl bei der ich glaube die top land dürfen der luschen kann eigentlich dahin können sie dir noch machen glaube ich obik hat er zweiter zwei legende schon mal mandat der luschen hat jetzt 4050 sorry und wir haben man da jetzt das heißt wir sind jetzt doppel support team ja ja ich glaube doch schon auf dem bot kleine mutes so mehr zum normalen das braucht man da perfekt leute pantheon ich weiß nicht was man sonst spielen sollte was spielt meine stadt dessen ich kenne nur die teller die pantheon mit zu full tank oder gritt weiß ich nicht sehr gut leute und solution dreht durch hier der 6 nur mit 10.000 gold wir müssen jetzt eigentlich nur luschen zu formen ja wir sind jetzt supporter wir sind jetzt der support für den luschen user mäßig mit borg zeichen längst gesehen der erste wind war nach der wind war können wir sehr sehr gute und ich glaube wir haben richtig viel schaden gemacht ja mit dem jasu und seiner ulti geholtet man er kann sich ja nicht bewegen der stand sich ja sozusagen selber der jasu naja so packt sich ja selber ins dann lockt rein das hat da ganz gut geholfen glaube ich da sollen weg oder einfach gehen gehe ich brauche noch 500 gold da das unvorteilhaft da kommt wieder das render boot von links und ein trippel kill gemacht auch viel kürzer hat sie gemacht man ist einmal nicht da als support mf von sterben so alle ich bin weil sie wenig support im öfter ich bin die c ich glaube aber so fünf gegen 15 falls gewinnbehaltung was machten die da ich bin sehr recht uncool dass er weiter in die mitte pushen aber was willst du sonst machen hier problem ist dass sogar die base verlieren meine geht zurück jetzt sollten wir halt wieder gehen ich hoffe nicht dass wieder overstayed wird bitte geht geht bitte einfach gehen bitte bitte wenn jetzt stirbt jetzt hat er drake weg kann jetzt nicht mehr basen leider oder ne ich glaube basen kann ich jetzt nicht mehr aber meine ultimate hat richtig gefeuert pantheon ultimator ich habe nichts für die ich werde laufen sehr gut der gegner spielte doch nicht mich schon wieder das ist sehr weird dass er dann tünerlich aufgeführt macht ja vielleicht ist alt kriegs im kleineren magen ich denke wir gehen auf syrildas mit cdr schuhen ja denke zure das mit cdr schuhen wird jetzt der beste play sein dann lasse ich luschen weil ich habe mal am juni und luschen ist fett der big troll gewählte ich den genommen anstatt der 15 15 k gold hat der das ist sehr schön nice windfall ist raus du könnt hier nicht weiter pushen weil zwei leute sind auf die anderen lands einer ist in der mitte sehr gut wir können das nicht einfach finischen da ist doch der band baut bruder würde ich nicht ja das ist nicht so nah es stimmt naja gut mit 18 ist noch nicht also ganz normal 30 jahre aufpacken dann vielleicht ich würde eigentlich gerne basis und ich habe sicher dass aber mein team jetzt hier weiter feiten will dann wird den ja auch nicht vermiesen ist ich würde so gerne noch mal zu reders holen ich würde auf jeden fall der teller die pantheon bauen 23 letality items 23 letality items und dann würde ich full tanken naja ich bin ja keine mehr kein supporter aber egal ist der supporter wir brauchen uns vor allem ok sagen wir ich bin ich bin wirklich zu vorderen bei gallius eigentlich der supporter hier wenn sie noch was machen wollen müssten sie jetzt eigentlich machen weg weg die serbestet nein sie hat die frucht eingesammelt disaster dazu gewordert wo die winter ist raus wie langsam dieser slow ist mit der seril dass das ist echt ein 10 wie langsam die wird kommt da daraus hat noch ein hit gebraucht ich hätte die eweiter vorne legen müssen wie langsam die leute da drinnen sind das wiener nie wieder oder die mail wenn ihr das wiener an die wir die mail wurde sehr gut das müssen wir nicht gewonnen haben aber die problematik ist was dann diese drei items und dann würde ich vielleicht ein bc noch bauen oder so mf hat die höchste winrate von allen ad carries in chinesischem ranked also china hat ja die api veröffentlicht und in china hat miss fortune die höchste winrate von allen ad carries deswegen dachte ich okay probiere aus und ich habe das gefühl dass sie wirklich extrem stark ist extrem stark natürlich nicht mit dem krim spielt was ich hier gerade bauen aber wenn jetzt ernsthaft baust mit halb krit halb vitality oder so oder full krit meinetwegen auch dann ballert die glaube ich ganz gut rein komischerweise hat aber jinn die zweite winrate und jinn ist absolut dog also ich weiß nicht wie viel man darauf geben kann oder jinn ist vielleicht gar nicht dort und die leute sind einfach nur dog mit djinn da das sind auch eine alternative sehr gut sind wir alle tut die sind weit tut ich wollte jetzt einfach rüber sagen leute fliebe hier das game kann das sein verliebe gerade noch das game ich bin so froh dass alle drei lanes down haben wir sollten wir sind safe doch verlieren glaube ich ich glaube wir werden sicher noch verlieren die holen die holen die holen der älter direkt kommt das heißt ein bisschen älter direkt fein so jetzt haben wir bc und jetzt würde ich irgendwann wahrscheinlich sicher dann verkaufen oder so nein die wind wohl schaut sich an weil wir haben verloren leider glaube wir haben hier leider verloren können die jetzt mitte durch er wurde von minion getötet ja der mail verbaut jede runde so da hat er auch bei mir so gebaut das ist sehr serviert ich meine ich darf mich beschweren schauen wir mein bild an sehr gut war der cda und ich weiß wir können nichts machen keine objekte von daher das ding könnte ich verkaufen theoretisch aber ich kann mir noch nichts holen dafür vielleicht sollte ich alles verkaufen wieder nicht roll bauen können das mal weg werfen hier theoretisch ja ich müsste meine ersten zwei items verkaufen dann findet ihr jetzt schon müsste ich holen und blühte hast du vielleicht oder vielleicht rapid fire oder so die ersten zwei items müssen gehen ganz dringend haben wir die sehr gut sehr gut mit der jahr so kann das niemals alleine treffen dann war es dann bleiben wir doch die fiora die es geüntet hat jetzt jetzt go 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 gg ich habe nicht gedacht dass wir das noch gewinnen ich kann euch das kurz nur zeigen ja mit den bin jetzt wenn ihr möchtet also das ist die seite das ist toplane das sind die toplane win rates kaylee hat die höchste win rate mit abstand auf der toplane danach kommt im jungle ist es morgana und die tanks mittel ein ist es wieder kaylee deswegen wird ihr auch immer genervt ihr denkt euch wieso wird die genervt deswegen bot lane hat mf die höchste win rate und support ist es jenner und suraga und jone und jazoo ihr überlegt euch wieso werden die beiden gebacht hier wieso kriegen diese champions und baff gewinnen jazoo ja weil die win rates haben aus der hölle das sind die worst champions gg